einen wunderschönen guten tag herzlich willkommen zum 20 türchen des kanal gerades adventskalenders das ist hier unten sieht man es nicht drehen mal den kalender um moment ist der kalender nicht groß doch der ist groß so ob das ist den packen wir jetzt zusammen aus also das türchen hoffentlich ist was drin doch ich glaube schon team galant haben wir denn da da haben wir aus dem paar gummifische so auf jeden fall bei edwin johansson oder johansson flatnose mini christmas edition 23 so dass das gute stück farbe irgendwas mit chartres sicherlich oder green pumpkin chartres so was in der art ich gucke mal ob die alle dieselbe größe haben hier ja sind alles dieselben 12345678 10 stück an der zahl aktiv untenrum oben noch so ein bisschen kann auch das durchleuchten sein also auch wieder hier eine richtig volle packung mit zehn stück finde ich auf jeden fall gut bin gespannt aber noch ein paar körper dazu bekommen der schwann so ein bisschen abgeknickt hier ist aber nicht weiter schlimm das gibt sich beim laufen ja also beim schwimmen also beim ageln so wäre es eigentlich richtig ja damit ich bestand bin ich gespannt wie es hier weitergeht und dann sehen wir uns später mach's gut bis dann bei lami